Hallo, jetzt geht's auch gleich weiter. Wenn wir ihn finden, bekommen wir unsere Antworten. Wollt ihr uns nicht mehr freien? Eure Freiheit ist nah, meine Brüder. Seid geduldig, seid stark und seid bereit für den Kampf. Was ist mit uns? Wartet, wo geht ihr hin? So, Waffen geholt. Der da ist Optimus. Wir sagen es weiter. Viel Glück. So, alles erledigt. Aufpassen, Decepticons. Und schon wieder einen erledigt. Waffenkühlung ist abgeschlossen. Scheiße. Sind wir, glaube ich, in einer Waffe. Waffe. Erledigt diese Sentries. Ja, stirbt er hinten. Geht weiter so, Säubert. Unbefugter Zutritt in Zellenblock 14 entdeckt. Verstärkung ist unterwegs. Verstärkung? Ich würde mich hierher. Da kommen sie! Oh, da oben. Nein, hier. Oh! Erledigt einen für mich! So, für dich erledigt. Verschrottet ihn! Ja, weiter so, Optimus! Was haben wir hier noch für eine Waffe? Nehmen wir doch die hier. Ha! Meine Lieblingswaffe. Die Schnippern. Die Schnippern. Wow! waffensysteme laden auf ich hatte sie sind große tücher ich brauche mal hier scheiße mal sehen ob ich das noch schaffe die da oben machen wohl nichts noch so einer was scheiße was hätte ich da machen sollen kacke 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 scheiße habe ich wieder nichts doch gleich wieder hier die septicom blut von hinten flankieren sie nähern sich so kommt von hinten die achten aber geschafft hier aufschauen es kommt noch einer von denen noch mal nein keine energie mehr wir helfen euch autobots scheiße die autobots so kommt von hinten Scheiße. Ach, da habe ich doch noch mal so ein bisschen was. Hier. Endlich, ey. Ach, komm, Scheiße. Hä? Oh, mein Gott. Äh, wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Da lang. Leute, wir retten euch bald. So, mit der Waffe bin ich ja, da kann mich keiner hermoden. Was ist das? Das ist eine starke Strömung. Lasst euch nicht in diese Zermalma ziehen. So scheinen sie ihre Gefangenen zu recyceln. Genau. Dafür werden die Decepticons teuer bezahlen. Ja, Raid. Da, da ist der Raid. In der Zelle da vorne. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr endlich auftaucht. Wir haben uns noch die Sehenswürdigkeiten angesehen. Ein paar böse Jungs erledigt. Das Übliche. Nicht zu übermütig werden. Wir sind bestimmt nicht alleine. Hey. Was war das? Wo geht's lang? Ich stehe mir nicht immer ständig im Weg, ey. Kommt ihr? Kommt ihr? Scheiße. Na ja, ein bisschen Munition dabei, ein bisschen gespart. Na ja, kann ich auch alle machen. Das kann man noch schnell nachladen. Und... So. Zugriff. Wir haben es geschafft. Die Klammern sind offen. Und jetzt diesen Schild deaktivieren. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Und jetzt diesen Schild deaktivieren. 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 Sieht euch zurück! Wisst ihr, als ich euch gerettet habe, war ich um einiges schneller. Ruhe, Airway! Wir arbeiten hier! Sagen wir mal, kommt ihr langsamer hier? Ja. Aus den Schatten angreifen! Jetzt bist du da! Jetzt siehst du mich jetzt nicht mehr! Die mehr Fische! Die mehr Fische! Die mehr Fische! Wir müssen uns neugend sehen! Zu ehreit Megatron! Pass auf! Brichlich! Bremschu! Oh Bambi, kannst du den auch mal treffen? Diese Typen werden es uns nicht gleich machen, oder? Roger, Bro 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 Bro? Meinst du das ernst? Tja, ich kann dich ja nicht die ganze Zeit wie ihn nennen, das wird langweilig Hey Sideswipe, Klappe zu und schießen! Boah! Wo ist der? Ach, keine Ahnung Wir machen jetzt einfach mal was Jetzt machen wir die zweiten Klammern weg Waffen kühlen ab! Endlich frei! Gut gemacht, Autobots! Wir laufen uns! Reizung! Das ist ein Schiff! Aaaaaaah! Scheiße! Aaaaaah, verdammt! Ne, ne, jetzt aber nicht feines nochmal, oder? Scheiße! Wir müssen doch nochmal alles machen, ey! Puh! 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 Die anderen helfen mir aber auch hier nicht, Optimus und Bumblebee, hm? Der Optimus steht da draußen, ich bin hier. Der Optimus steht da draußen, ich bin hier. Der Optimus steht da draußen, ich bin hier. so haben wir jetzt alle ich will so wenig leben kaum optimus kann ich auf nichts mehr verlassen scheiß ich muss nach hinten ich brauche hier ach nein ach leute 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 Okay, das war halt echt scheiße von mir. Puh, jetzt ein bisschen Concentration. Da müssen die aber auch immer mitkommen hier. Geh doch mal rein. Die machen auch nichts. Ach, du, ja, toll. Habt ihr das gerade gesehen? Wenn ich jetzt wieder nur eins hab. Scheiße, ich muss, glaube ich, versuchen, so schnell wie möglich nach hinten zu rushen, weil dann kann ich, glaube ich... Diese Typen werden nur so ein Finkler. Nein. Ja. Meinst du das ernst? Ja, ich kann dich ja nicht die ganze Zeit wie ihn erinnern. Das wird langweilig. Hey, Sideswipe, Klappe zu und schießen. Waffen, Kühlen, ab. Da, wir müssen uns zurückziehen. Ja, es ist ein Ende, Autobot. Ja, hier kommt keiner. Junge, 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 ist auch ganz knapp geschafft jetzt in Order. Rechtschuf! Und Feuer! Endlich frei! Gut gemacht, Autobots. Die kommt sofort auf der Rechtschuf! Sieh, man weiß genau was. Kann ich nur hier? Boah Gott sind die Dinger nerviger Oh mein Gott Die machen auch nix Waffensysteme laden auf Könnt er den mal töten Ey ist das zum Kotzen Machen doch gar nicht hier Optimus und Bumblebee Jetzt siehst du mich jetzt nicht mehr Niederwichtig autoball Diese Typen werden es uns nicht leicht machen oder? Scheiße ich wollte wieder nach hinten rutschen Aber Leute Hm da mach ich dann beim nächsten Mal weiter Ok jetzt nicht ich muss erstmal Vorerst mal da ein bisschen Pause hier ne Also dann tschö